Mager, aber ich will sie ihnen geben. Das ist die Code-Karte für die Sicherheitstür. Dort sind die Beweise. Warum geben sie die mir? Warum behalten sie sie nicht beim Verhör bei sich? Wenn mein Verdacht stimmt und ich gesehen werde, wie ich sie freiwillig begleite, überlebe ich vielleicht nicht lange. Ich habe insgeheim versucht herauszufinden, wer verantwortlich ist. Schicane, Rucker ist tot. Wie bitte? Details, wenn ich bei Ihnen bin. Wo ist das genau? In der Nähe Ihrer Position sind einige Gewächshäuser. Darunter ist eine freie Stelle. Dort werde ich sein. Schicane out. Hm. Perfekt. Wie ist das? Hab ich was zu übersehen? Lieber speichern. Ah, das ist falsch. So, oh Gott. Geht! Alter, das war ja krass. Das war ja krass, ey. Das war ja krass. Alter, das Ding geht so langsam vor, dass es echt nicht normal, ey. Dann mach ich das jetzt anders, dann mach ich das mit Nuked Virus, dann ist das mir jetzt egal. Da spare ich mir sehr viel mehr Dinger, wenn ich das mit Nuked Virus durchbreche. Dann versage ich dich jedes Mal bei dem Scheiß. Komm schon. Oh. Oh. Perfekt. Oh, ein Praxis-Kit sogar. Cool. 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 Getroham. Cool. So, ich glaube, da sind halt alles hier. So, gut, er hat nichts bei sich. Ach, scheiße, schon wieder zwei Praxis Kids? Cool. Wenn ich das Ding nehme, dann wird es hundertprozentig übertaktet. Hm, was soll ich nehmen? Also, einmal das hier, das ist schon mal klar, weil das sollte ich lange mal haben. Dann sollte ich jetzt mal lange meine Batterie, dass sie schneller wieder auflädt. Scheiße! Scheiße! Oh Gott, ich habe gar nicht gewusst, dass wir Gegner vor der Tür sind, ey. Hätte ich das gewusst, verdammte Scheiße, ey. Mal gucken, ich streue mich auch heute mal bis 21. Ich habe irgendwie Bock drauf. Entschuldigung. So, schnell reinhacken. Oh, meine Fasse. Oh, das ist auch hier sehen. Das habe ich auch übersehen. Oh nein. Oh, das ist nicht wahr. Und wenn bei der Ruhe... Gut, dass ich eben gespeichert habe. Es sind also nur drei Leute, die ich K.O. machen muss. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich freue mich schon, wenn ich endlich alle Augmentierungen freischalten kann. Ich freue mich schon. 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 Ich freue mich schon.